Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 2. Mai 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1346, heute mit den folgenden Themen. Apple Pay, Todoist, Whatsapp, Messen, Threema, Google Authentificator. Ja, ich stürze mich gleich rein. Apple Pay Later hat ja in den USA zuerst für Mitarbeitende von Apple gestartet, dann für eine ausgewählte Kundschaft und mittlerweile wird es noch deutlich breiter ausgerollt. Solltest du auch dazu gehören, wenn du in den USA lebst oder ein Konto da drüben hast für Apple Pay, dann siehst du es in der Apple Wallet mit einem Ribbon oder du bekommst zusätzlich auch noch eine Mail von Apple, wo das Ganze dir angekündigt wird, wie das Ganze funktioniert und dass du dich bewerben kannst. Bewerben heisst, du musst über 18 sein, du musst ein aktuelleres iPhone haben, mindestens 16.4 von iOS und natürlich auch die Bonitätsprüfung bestehen, dass du nachher Einkäufe zwischen 50 und 1000 Dollar aufteilen kannst auf die nächsten vier Wochen. Weiter geht es mit Todoist und die haben eine Funktion überarbeitet oder aufgehübscht. Es ist nämlich der Location Reminder. Etwas, was viele immer wieder vergessen. Todoist, wie auch Apple Task und Microsoft Dingsbummens da zum To-Dos Task anlegen, können ja auch sogenannte Local Based Reminders einrichten. Das heisst, die App schaut dann fleissig, wo du bist und wenn du, sagen wir jetzt in meinem Fall, am Coop vorbeiläufst, kommt dann ein Pop-Up und heisst, du musst noch Raduiergummi kaufen. Oder keine Ahnung was. Ich nutze sowas jeweils, wenn ich an Messen gehe, zum Beispiel Mobile World Congress in Barcelona oder die IFA, wenn ich da gewisse To-Dos habe, die ich unbedingt erledigen muss, wie Foto beim Stand XY, Informationen einholen da und da und so weiter, dann mache ich das mit eben solchen Location Based und Zeit Based Reminders, dass ich dann am Tag X erinnert werde, wenn ich vor Ort bin, dass ich das erledige, was ich zu tun habe. So ist es sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, Todoist hat das jetzt aufgehübscht von der Optik. Bei WhatsApp Beta, sofern ihr die App installiert habt oder den Zugang dazu habt, habt ihr eine neue Funktion drin, Transkribieren von Sprachnachrichten. In der Beta-Version zumindest ist das standardmässig aktiviert. Ich bin mal gespannt oder hoffe, dass das in der finalen Version dann nicht der Fall ist. Beta ist natürlich was anderes. Da geht es um möglichst viele Daten zu erhalten, damit das Ganze auch funktioniert. WAPETA-Info.com hat nämlich berichtet, dass eben diese Transkribierung neu stattfindet. Und sympathisch ist, dass das Ganze nicht über die Server von Facebook funktioniert. Also alles darüber läuft. Gut, läuft es ja sowieso und die Transkribieren auch mit. Aber die Transkribierung selber findet auf dem Gerät statt. Und dazu nutzt WhatsApp-iOS-16-Systemdienste oder besser gesagt APIs, die sowas ermöglichen. In den Shownotes auf daily.giktok.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens findest du die ganzen News, die ich heute besprochen habe und Links, wie zum Beispiel auch, wie man Kindergrössen, und da geht es nicht nur um Kinder, sondern auch generell um Grössenmessen geht, wenn man keinen Meter zur Verfügung hat. Wie das funktioniert, wie gesagt, Link anklicken und selbst durchlesen. Auch Freema hat sich näher ins iOS integriert, mehr ins System, so dass du nämlich jetzt Profilbilder von deinen Kontakten auch in der Notification siehst oder auf dem Sperrbildschirm. Wenn also der Hans dir schreibt, dann siehst du auch ein Foto vom Hans und den Text dazu, sofern du das natürlich freigibst. Wenn es ja über den Freema passiert, sollte man das vielleicht nicht unbedingt tun, weil man ja da eben geheime, nicht geheime, aber einfach verschlüsselte Geschichten machen möchte. Und da muss nicht jeder schon in der Vorschau sehen, wer das ist und so weiter. Solltest du aber mit Familienfreunden und so weiter über Freema Kontakt haben, dann kann es natürlich Sinn machen, das Ganze zu aktivieren. Auch ist im Share-Sheet neu angegangen, das Betriebssystem, sprich iOS, merkt sich ja seit Jahren, was du so tust und wann du es tust und bringt dir dann auch die jeweiligen Apps. Das ist wie der App-Vorschlag über Spotlight, wo dann immer die App angezeigt wird. Wenn du, sagen wir, um 19 Uhr dir TikTok anschaust, dann kommt das da. Das Gleiche ist, wenn du etwas teilen möchtest über die Share-Sheets, wird dir dann auch die Person vorgeschlagen, mit denen du meistens Dinge teilst, über jetzt eben Freema. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Anleitung. Der Cashy auf dem Stadtbremer Hafenblog hat eine Anleitung geschrieben, wie man die OTP-Secrets vom Google-Attentificator auslesen kann. Das Ding ist ja, ihr wisst ja, ich habe hier darin berichtet, dass da ein grosses Problem gibt, dass die Dinge nicht verschlüsselt sind, die Wege, die Google da geht. Pfui, ein Schelm, nochmals, wer Böses denkt. Und wenn du da rausgehen möchtest, bekommst du zwar einen QR-Code, aber der funktioniert nur auf einem anderen Telefon, mit dem Google-Authentificator. Dazu musst du eben die sogenannten OTP-Secrets auslesen. Und der Cashy hat beschrieben, wie das mit einem Tool für Windows, für Mac und Linux am besten und einfachsten funktioniert, wie das du da deine ganzen zwei Faktor-Authentifizierungsgeschichten rausbekommst. Umziehen ist vielleicht nicht die doofste Idee aktuell, auch wenn es arbeitbedingt. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.